Musik Blaues Wasser und grüne Wiesen inmitten einer herrlichen Seenlandschaft. Ideal zum Leben und Arbeiten im Grünen. Musik 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 Inmitten fünf großer Havelseen liegt die historische Siedlung Kirchmöser auf einer Halbinsel. Musik Kirchmöser ist ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel und liegt nur elf Kilometer entfernt. Musik Kommen Sie mit uns an Bord und entdecken Sie das Leben in der Mark. Musik Der traditionsreiche Industriestandort Kirchmöser steht für bahnaffines Gewerbe und Unternehmen aus den Bereichen Umwelt und Energie. Kirchmöser ist ein ganz zentraler Standort für uns, weil hier Schwerpunkttechniken gebildet werden, die wir sonst an keinem anderen Standort in Deutschland mehr haben. Wir werden diesen Standort ausbauen. Die Herausforderungen liegen da, weiterhin die Spitze in den hier vorgehaltenen Techniken zu behalten, europaweit. Ja, man kann sogar sagen, über unsere Kontakte nach Japan sind die Kollegen hier international geschätzt. Das müssen wir ausbauen, das müssen wir festigen. Musik Die Deutsche Bahn gilt als Vorreiter in Kirchmöser. Im Werk werden die System- und Umwelttechnik mit der Nutzung von Windkraftanlagen noch effizienter gestaltet. Um das Schienennetz wirkungsvoller zu nutzen, haben Unternehmen der Schienenbranche die Initiative Ecorail Innovation ins Leben gerufen. Die Fachhochschule Brandenburg hat dafür eine Stiftungsprofessur erhalten und erforscht die Energieeffizienz im Schienenbereich und ebnet damit den Weg in die Zukunft. Inzwischen gehören dieser Plattform sämtliche namhaften Bahntechnikhersteller in Deutschland an. Und wir als Fachhochschule Brandenburg sind einer der Forschungspartner auf dieser Plattform. Das Entscheidende, was wir tun können, ist, dass wir als Fachhochschule Brandenburg das richtige Fächerangebot bereithalten. Und zwar genau in den technischen Fächern plus Informatik plus Wirtschaft, in denen die Industrie ganz dringend Fachkräfte sucht. Und aus unserer Sicht die Krönung des Ganzen ein neuer Masterstudiengang Energieeffizienz technischer Systeme. Mit jungen Fachkräften und bewährtem Know-how schafft Brandenburg an der Havel den Spagat, historische Wurzeln mit modernen Ansprüchen zu kombinieren. Musik 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 Die Stadt Brandenburg an der Havel versteht sich als Partner für die Unternehmen am Standort in Kirchmöser. Und ganz besonders natürlich auch für diejenigen, die darüber nachdenken, sich anzusiedeln. Brandenburg an der Havel unterstützt Unternehmen wie die Vöstalpine BWG als starker Partner und investiert in den Wirtschaftsstandort Kirchmöser. Musik 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 Mike Möser hat eigentlich eine sehr gute Position, was die Rahmenbedingungen für Investitionen betrifft, gerade in der Schienenverkehrstechnik. Die Branchen aus Stärken, Stärken sind jetzt fokussiert worden zu neuen Clustern. Eins davon ist Verkehrstechnik und dazu zählt auch die Schienenverkehrstechnik. Damit bekommt man sehr gute Fördervoraussetzungen und zusätzlich ist Brandenburg an der Havel regionaler Wachstumskern. Und das ist doppelt vorteilhaft, genau der richtige Standort für die Unternehmen. Das Kompetenznetz Rail Berlin Brandenburg bündelt Kernkompetenzen, die so über die eigenen Unternehmensgrenzen hinausgehen und ist damit weltweit einzigartig. Starke Partner arbeiten hier Hand in Hand. In Kirchmöser vereinen die Firmen zukunftsorientierte Arbeitsplätze mit handwerklicher Tradition. Ausbildung wird groß geschrieben. Unsere Fachkräfte arbeiten in ihrem Unternehmen. Und für die Kinder und Älteren ist bestens gesorgt. Brandenburg an der Havel bietet mit seiner Nähe zu Kirchmöser vielseitige Abwechslung zum Alltag. Die Geschäfte der Stadt garantieren erfolgreiche Shopping-Erlebnisse. Nicht nur auf dem Wasser bietet Kirchmöser zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Genießen Sie die herrliche Luft und die ländliche Idylle. In der Mitte Deutschlands verfügt Kirchmöser über eine optimale Anbindung. Die Fahrt zum neuen Flughafen Berlin-Brandenburg dauert mit dem Auto gerade mal eine Stunde. Die Bahn bietet mit ihrer Regionalstrecke eine entspannte Reise. Auch Touristen lädt die Region zum Verweilen ein. Ob es ein romantischer Kurzurlaub im Hotel ist oder die Erholung auf einem Hausboot. Auf der Regattastrecke in Brandenburg liefern sich die Wassersportler packende Rennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Ort mit Tradition und Zukunft. Ein Ort mit Charme und Charakter. Da, um ihre Idee zu verwirklichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017